Selbst, Gedanken und Psyche Kommentar zum 18. bis 22. Vers des Yoga Sutra von Patanjali Was ist das Selbst? Wer bist du wirklich? Was ist die Psyche? Was sind Gedanken? Wie beherrschst du die Gedanken? Wie überwindest du die Identifikation mit der Psyche? Das sind Themen, mit denen sich Patanjali auseinandersetzt ab dem 18. Vers des 4. Kapitels im Yoga Sutra. Patanjali schreibt, Da die Natur des Selbst unveränderlich ist, sind die Gedanken des Geistes dem Selbst immer bekannt. Also es gibt Chitta, das ist der Verstand der Geist. Innerhalb des Chitta gibt es Vrittis, Gedanken. Und Purusha ist das Selbst. Und Purusha nimmt die Vrittis im Chitta wahr. Und das ist auch wichtig, dass du das verstehst. Wenn du zum Beispiel die Augen aufmachst und etwas siehst, du siehst nicht das Ding, sondern du siehst die Vrittis in deinem Chitta, die hoffentlich das Ding widerspiegeln. Und so ist es wichtig, dass du verstehst, was auch immer du wahrnimmst, ist subjektiv. Du nimmst die Widerspiegelung des äußeren, des äußeren Sinneseindrücke im Chitta wahr. Und natürlich, das Paradoxe ist dann auch, ohne dass Purusha jetzt wirklich die Chitta-Vrittis wahrnimmt, gibt es die Chitta-Vrittis auch gar nicht. Chitta-Vrittis können nur dann entstehen, wenn Purusha seine Aufmerksamkeit in die Chitta-Vrittis hineingibt. 19. Vers Weil er wahrnehmbar ist, ist der Geist nicht selbsterleuchtend. Also nicht der Geist nimmt wahr, deshalb ist der Geist nicht selbsterleuchtend. Du kannst den Geist wahrnehmen. Du kannst die Gedanken wahrnehmen, du kannst die Emotionen wahrnehmen, du kannst die Worte und Bilder wahrnehmen. Und es kann sogar eine wortlose Zeit geben und eine bildlose Zeit geben. In diesem Sinne, du bist Purusha, das Selbst. Aber der Gedanke Selbst kann nichts wahrnehmen, wenn Purusha, das Selbst, nicht die Strahlen des Bewusstseins zum Chitta hinbringt, gibt es auch keine Chitta-Vrittis. Unterbewusst mag einiges ablaufen, aber die Chitta-Vrittis sind ja auf der Oberfläche des Geistes. Damit diese überhaupt da sind, bedarf es der Bewusstheit. Deshalb ist es auch gar nicht schwer, deine Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Richter dein Bewusstsein woanders hin, dann sind die Gedanken weg. 20. Vers Der Geist kann nicht zwei Dinge auf einmal wahrnehmen. Der bewusste Geist kann immer nur eine Sache wahrnehmen, nicht zwei gleichzeitig. Weshalb es zum Beispiel auch gut ist, dass du nicht zu sehr Multitasking dich beschäftigst. Du kannst nicht wie ein Computer zwei Sachen gleichzeitig tun, mindestens nicht mit deinem bewussten Geist. Unterbewusst geht natürlich eine ganze Menge. Dein Herz schlägt, deine Lungen atmen, dein Blutkreislauf versorgt deine Füße, deine Nieren verrichten ihre Arbeit, dein Magen bringt Salzsäure hinein und zerwalkt die Nahrung, dein Darm verdaut gerade. So viel passiert gleichzeitig. Aber mit deinem bewussten Geist geht nur eine Sache gleichzeitig. Was auch heißt, eine einfache Weise, Wünsche zu beherrschen ist, richte deine Aufmerksamkeit woanders hin. Wenn du den Geist woanders hinrichtest, ist der Wunsch nicht mehr da. 21. Vers Würde ein Geist einen anderen Geist wahrnehmen, dann gäbe es die Absurdität von Wahrnehmung der Wahrnehmung sowie Verwirrung der Erinnerung. Also es ist nicht ein Chitta, der den Chitta des Anderen wahrnimmt, sondern du könntest sagen, mit deinem Chitta kannst du zwar bestimmte Aspekte des Anderen in dir reflektieren, aber es ist nicht Chitta, das es wahrnimmt, sondern es ist dein Bewusstsein, was wahrnimmt. Nicht Chitta nimmt sich selbst wahr, nicht Chitta nimmt die Vritis wahr, nicht Chitta nimmt das Chitta des Anderen wahr, sondern auch nicht Buddhi nimmt etwas anderes wahr, sondern du als Purusha, du nimmst wahr und du kannst die Chitta Vritis wahrnehmen, du kannst das Funktionieren der Buddhi, des Intellektes wahrnehmen und du kannst auch die Reflexion der Gedanken des Anderen in deinem eigenen Geist wahrnehmen. Aber es ist Bewusstsein, das wahrnimmt. Ja, soweit zu diesen Versen. Du kannst ein bisschen drüber nachdenken. Bewusstsein nimmt die Vritis im Chitta wahr und es liegt an dir, wohin du dein Bewusstsein hinbringst. Denke darüber nach und nutze das praktisch im Alltag. Mein Name, Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zum Yoga Sutra, ein Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung und zu den Yoga-Lehrer-Weiterbildung-Seminaren Mehr Wissen über unsere Yoga-Lehrer-Ausbildung und Yoga-Lehrer-Weiterbildung gibt es auf unseren Internetseiten, ebenso auch die Informationen über Yoga-Ferien und andere Seminare. Gehe auf yoga-vidya.de